Hallo Leute, wir sind Scooter. Heute mal in ganz anderem Outfit. Und zwar sind wir hier die Gladiatoren. Wir drehen gerade das neue Video zur Single Weekend, die jetzt im Februar rauskommt. Ja, hier ist hektisches Treiben. Das Set wird gerade umgebaut und ich glaube, das wird ein echt cooles Video. Viel Spaß. Checky. Ich würde mich bitten, hier meine Ellenbogen abzustützen, mich so zu halten. Dann machen wir einmal den kompletten Track durch. Okay. Wenn ich mal irgendwann nicht in Sünd gleich Treppe, ist egal. Ja, nee. Du kannst auch jetzt noch ein paar Mal laufen lassen. Nee, nee, mach ruhig gleich. Das meiste habe ich wohl. Ach so, alles klar. Okay, Kammer-Playback ab. Vollgas-Alt-Spiel. Das war's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Attacker. Go ahead. Yes. Here comes the 6 Terminator. In control. Put the mic on the teacher. Speck for my back preacher. Captain Clamp. Get the slam. Throw my face to open map. Hold the mic. You can stop me. Set on your back back. One, two, three. Yeah. Here we come. All right, crew. It's weekend. Yes. We have our number keys. But we've got the key. I'm the first chatter. No one better than me. Yeah. Yeah. On the mic on the teacher. Speck for my back preacher. Cut the crap. Get the shot. Drop my face to open map. On the mic on the moon. Next station is Zulu. Here we come. Here we come. Yeah. 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 Hoch, hoch. Machen wir sofort. Vorne hin, am Hub, da wo die Ladies sind. Richtig geil. Wir müssen noch drei hin, das reicht nicht. Kommt doch noch. Jetzt geht alle auf. Jetzt muss doch auch sehen, dass ihr alle dieses Ding zusammentragt. Nicht wirklich hochnehmen. Genau so. Das läuft zum einen, dass die wolves in der Kiste hättet, die Völkernabschelde sind. Das geht auch schonack. Das ist alles sehr gut. Das ist alles gut. So ist das. Das ist das seit Herbst. Was das? Ja? Wir haben hier mit ja. Wir haben hier. Okay, Kamera bereit? Kamera playback ab! This one's going out, turn everybody in the place! Sounds of the trigger, take her off! Go, here we come! Here we come! All right! It's a perfect heart! I'm not going to die, I'm not going to die, I'm not going to die! Space by the speed, that's not a lie! Go! Yee-haw! Respect to the man on the ice cream band! Move on now! We're taking off the scene, as you can see on the ice cream band! Das wird von den ganzen Mönchengen durch die Wüste getragen. Dann haben wir unsere schönen Elfen, die hier die ganze Zeit vor uns umtanzen. Ja, Rick ist ein Drummer heute. Und Jay ist kaum wiederzuerkennen. Steht ihm aber gut, finde ich. Ja, mehr dann später. Ja, gut. Also wir drehen gerade Close-Ups. Rick ist im Moment der Hauptakteur. Auf diesem großen Fass trommelt der Römme im Takt. Und ja, sieht alles sehr abgefahren aus, finde ich. Also wir wussten vorher auch nicht genau, was uns erwartet. Gerade diese sehr speziellen Kostüme. Aber finde ich gut. Also hatten wir auch noch nicht. Rick, das sieht geil aus. Echt, sehr gut. Tillich мир. Ja, super. Also awakens. Aber ich muss auch sagen. Aber das ist ja schnapp. ced. 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 10, 4, 10, 10, 11, 11, 12, 11. iele contegre H.P. Augen zu und Blick runter. Okay, cut, danke. Das ist supergeil. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Unser Videodreh für Weekend. Der Single kommt am 24. Februar raus. Ja, check this out. Wicked und auf Wiedersehen.